Hallo, ich bin innocent! Ich bin Mörder. Du bist Mörder? Ja, ich bin Mörder. Wie weiß es mir das oft passiert? Stimmt. Na ja, Leute, ihr wisst es nicht. Leute, man kann ja voll hoch springen. Was ist denn jetzt los? Hier haben wir voll den witzigen Franzosen-Skin drin. Ist voll nice. Oh, hier ist jemand verreckt. Scheiße. Das Ding ist halt, manchmal ist er Alex, manchmal aber auch Steve. Jetzt gerade scheint Steve zu sein, anhand des Terp-Smensters. Ist das gefährlicher an mir. Man weiß nicht, wer ich bin. Na ja, dazu gibt es ja Terp. Kann man gucken, wer welchen Skin hat. Ich habe gerade mein erstes Gold bekommen. Wer war's? Was? Oh mein Gott. Nee, du wirst es nicht. Ist er schon tot bei dir? Was? Ich bin tot. Ist er schon tot? Nein, nein. Ich bin tot. Du bist tot? Nicht du. Nicht... Ah, jetzt wird der Detective getötet. Nice. Oh, da bist du! Hi! Oh, shit! Ach du Scheiße! Und der Typ steht da einfach nur rum. Nice. Oh, wow. Jetzt kriege ich eine Mail von Paradox Interactive, dass ein neues Prison Architekt hier jetzt hier rausgekommen ist. Ich hab's drüben genug mit CD Scherlein zu tun. Ich hab's drüben genug mit CD Scherlein zu tun. Ich hab's drüben genug mit CD Scherlein zu tun. Ich hab's drüben genug mit CD Scherlein zu tun. Du bleibst einfach da. Deswegen ist halt, ich darf dir nicht sagen, wer der Mörder ist. Äh, ich war glaub, das ist ein, äh, glaub ich ein Alex, geht nicht gut aus, ne? Ja, war der Unicorn Fluff. War warst du das? Ja, 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 jetzt bin ich mir 100% sicher. Weil es war kein Stein-Vlog. Ach so, ja. Ach so, du hast ihn gesehen. Ah, da ist er! Knall ihn ab! Nein! Oh. Yay! Das ist der Nachteil an Ecken. Nice, Alter. Yay! Ey! So, Silent Gamer, du kriegst das jetzt gefälligst hin. Du regelst das jetzt für uns alle, du bist MVP. Du musst was drauf haben. Is Silent Gamer? Oh, wusste er. Lol, ist VIP und MVP. Und ich ess jetzt kurz Chips einfach, weil ich das kann. Ah, geil, er nutzt einfach sein Skin. Ja, okay, Silent Player wird der niemals finden. Na doch. Oder? Wo stellt er sich denn auf hin? Ich mag Kämpfe einfach nicht. Kämpfe sind doof, obwohl ich selber gerne kämpfe. Kämpfe sind doof. Nur ich darf das machen. Ja, genau. Cheese, du! Der hat er nicht gesehen! Oh mein Gott. Echt? Der ist in demselben Raum gewesen. Da, komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein! Scheiße. Ah, der hat dieses Eisding! Aber keine Eisding. Ah! Halter nochmal! You're sending commands to first. Please load on! Deine Mutter ist ein Command. Ah, leck! Ich hasse die Ice Map. Ich mag die voll gerne. Ich mag die voll gerne. Liegt auch daran, dass ich hier mega auf Mörder werde. Ja, und wenn ich Mörder wäre, bin ich einfach immer viel zu dumm, um irgendwas zu machen. Hm. Ist aber nicht nur auf dieser Map so. Hahahaha! 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 Hallo! Ich bin hinter dir! Hallo! Willst du mir dein kleines Ding zeigen? Ich hab ne kleines Geheimnis. Du bist in Wahrheit gar nichts tief! Ja, nein, 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 nein! Alter nice Geräusch. Junge, need to know, schulde mir noch 100 Euro. Falls ihr den YouTuber kennt. Der hat gesagt, wenn er nicht jede Woche ein Video macht, kriegen alle 100 Euro. Und der hat das schon seit 3 Monaten keine Videos mehr gemacht. Genauso wie dieser Typ, der ursprünglich jede Woche eine Folge Minecraft Lockdown bringen wollte. Voll der Idiot. Ja, der ist voll... Ja, der ist echt... Ich finde den so respektlich, so dumm. Ja. Richtiges Arschloch. Das kann ich nicht mehr monetarisieren, scheiße. Oh, wow. Das Ding ist halt mit Schimpförtern halt ich mich halt echt nicht zurück, ne? Ist ja die ganze Zeit auch schräg so und... Das F-Wort. Was ich dann wieder auch nicht sagen will, was zu extrem ist. Ich komm nicht mal aus diesem Dorf raus! Ich hab... Ich hab... Ich hab eine Freundin... Oh, das erste Mal in deinem Leben. Glückwunsch, Paul. Danke. Paul hat seine erste und letzte Freundin bekommen. Wir müssen das feiern. Ach, da war jetzt lang. Ich bin die ganze Zeit in der falschen Richtung. Ah, scheiße, die sind... Ja, cool. Wolltest du gar nicht mehr getötet? Nein. Ich lebe noch. Was? Oh mein Gott! Ah, wieso leckt das so? Wieso leckt das denn jetzt auf einmal so? Muss ich hier runter? Hallo, ich will hier runter. Warte, ich guck mal. Wo ist die kleine Snitch? Die kleine Snitch? Die scheiß Snitch. War das die? Warte. Ja, das war die... Die mit dem Bogen? Ja, du bist auch tot. Nein, bin ich nicht. So bagge ich das. Ich bagge. Ich bagge! Oh, ich guck dir. Oh, ich bin draußen. Nein, bin ich nicht. Was ist denn das? Wow, jetzt bin ich frei. Ah, da bist du. Ich seh dich. Hallo, ich bin beim Unreal. Ich hätte gerne eine Schaufel. Wie? Wieso habe ich jetzt sechs Schaufeln bekommen? Naja, egal. Ah! Ah! Was war das? Ah! Ich bin der Bogen! Nein! Ey, wieso bagge ich auf dieser Mitte so krass rum? Ja, deswegen... Ich mag die, meine Bogen nicht. Die ist einfach viel zu hochwertig. Viel zu hochwertig? Ja, ich bagge hier die ganze Zeit rum und ich komme nicht weg. Ah! Ja! I need you to go. I need you to go. I need you to go. Mein Herz wurde einfach kumper terminiert. Terminated? Ja, terminated. Terminator! Ich bin hier der Fotograf. Oh, scheiße. Alla! Hier ist doch ein Greenscreen! Leute! Ich mache jetzt hier einfach Greenscreen. Mach das Greenscreens. Und der Mörder hat sein Schwert! Ist irgendwie kein so guter Greenscreen. Also... Ja, wundert euch nicht über die Qualität des Greenscreens. Ist irgendwie nicht so toll gemacht. Ich wünsch mich, ich hätte einen besseren. Aber hab ich nicht. Wieso steht überhaupt ein Greenscreen mitten auf der Straße? Ja! 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 Pfff! Pfff! Oh! Ich stehe die weg! Power! Achso, man kommt davon. Ich habe ein Dolch in meinem Rücken. Aha! Da bist du ja! Echt? Ach, du bist auch gleich tot. Oh, du bist echt tot. Ach, scheiße! Wieso leck' denn hier alles so sehr? Was ist denn mit meiner Internetverbindung los hier? By the way, wir reden gerade über den Fortnite-Sprach-Chat. Wir sind Profis. Wuhu! Ich mag das! Ja, da flog gerade ein Schwert rum. Und du hast einfach den Spaß... Ah! In der Slims! Oh, man. Oh, man. Meine Rennstaste ging aus. Nice, Alter. Eier! Ich bin hier oben gelandet. Yes. Und ähh... Hier war ich mal Mörder! Hier war ich mein Mörder! Oh, nein! Ich schwimme! Hier hat jemand ins Wasser gepinkelt. Ist ekelhaft. So, da stirbt jemand! Wieso stirbst du? Der Detective! Aua! Oh nein! Man stirbt hier! Aua! Ich wurde abgeschossen! Au! Ich komm nicht hoch! Ich komm hoch! Huch! Armee, da, los! Nein! Ist klar! Ist klar! Ey, ihr wollt mich doch alle verarschen! Deine Mutter will dich verarschen! Aaaaah! Ihr liegen tot herum! Daaaah Paul! Bist du? Ich bin tot! Ja, ich seh' dich doch hier! Hallo! Oh! Mein Enderleiter! Paul! Ich bin neben dem Gras! Du bist in dem Gras! Oh, voll hart! Kann ich noch mal in jemanden reingehen? In die Schiffe? Ich glaube, einfach links klick! Aaaaah! Paul! Du warst mein bester Freund! Ich wollte noch richtig viel Geld mit dir machen! Ich meine, ich wollte noch richtig viele Videos mit dir aufnehmen, weil das mir so viel Spaß macht! Ich verliebe mit YouTube überhaupt kein Geld! Laut Social Black würde ich 3 Euro im Jahr verdienen! Cheesy, Alter! Jetzt hab ich die Caps an! Leute! Das war's doch auch schon für die heutige Folge! Ich glaub's euch gefallen! Wenn ja, dann lasst mich mit einem Germ nach oben wissen! Ich würd's euch am Sünd und Son in der nächsten Runde Mörder oder in einem anderen Video wieder! Ja, tschüss! Leute! Ciao! 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 Ciao!